da ist, da muss die Kiste lieber weg so Kiste weg, ich hab ne Lösung gefunden die Kiste zu beseitigen, einfach schiessen jetzt geht er mal tot ah beautiful, eine Sniper so mag ich das eigentlich wo sind die Tienen? ok wir gehen mal da in die Ecke ey die kaputt muss nachladen der will auch nicht sterben den hab ich gut getroffen geh mal zur nächsten Deckung ok ok ok, ganz ruhig, ganz ruhig, das packen wir jauuuu, jeder Schuss trifft nein, ich hab gewackelt oh, die haben mich nicht richtig getroffen, oh, vorher hab ich so gut getroffen alles easy peasy hier like a boss hallo, wir sind da Kontrollpunkt hier hinten ist nur eine weitere Tür ok, machen wir sie auf Türen sind böse dann werf ihn um aber sich bewegen lässt hallo geh auf weg mit der Kiste, dann kommen wir an den Schäuferrand ok, jetzt bin ich verwirrt welche Kiste was will das Spiel, was ich machen soll da ist Muni ich kann doch nichts drücken, irgendwie schwerer Schrank finde eine Lösung, um den umgeschützten Schrank zu bewegen da ist, da muss die Kiste immer weg so, Kiste weg er hat ne Lösung gefunden, die Kiste zu beseitigen einfach schießen auje stapler objek aufzunehmen pow pow gold muni ich hab was gefunden das lichter boomshot aha nehmen wir mal den boomshot mit und den shotgun und da sind Granaten wie es aussieht ich höre ja ein paar Monster ich glaube ich soll in dieses gerät und die nahrungsmittel vorräte nehmen ich drücke mal den falschen knopf ich hab ne Kiste ich hab ne Kiste ich geh mal ein bisschen kämpfen, oder? hallo, ich komme hallo, ich komme ich will unbedingt das jetzt ausprobieren hier schon nett schon nett kannst du mal bitte aufhören ist nicht nett guck 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 haben wir auch alles easy peasy hier du ok ähm ähm ahja wie kommen wir jetzt da raus das ist meine ernsthafte frage wie kommen wir da raus ja auch solche Nippels vor scheiße falsche Tür hier gehts nicht lang ah ja wir haben es gefunden wie wir rauskommen halleluja ja ja hier wieder nicht, ne? ja und noch ein Stolz geben wir etwas sperrvoll herunter diese Dinger sind überall ich verstehe das nie warum morgen bist du wie kann ich hier jetzt raus aber wir kommen nicht weiter na los das Auto muss auf dem Weg nehmen wir den Stoffer ja bin ich da schon in der Zeit bei weg hier stop stop ich muss hier bitte durch aus der Bahnlieferwagen bitte mal bitte zur Seite gehen au daneben schon besser müssen wir bitte gerettet werden ja rette mich hallo danke geht doch tada vorräte ok kr 7 0 die lieferung ist bereit kr 7 0 ladung gesichert coal schafft deine jungs hier raus wir geben euch deckung ihr habt's gehört machen wir ein abflug baby wir sind auf gold gestoßen erotisch nein uns fehlt immer noch das Lagerhaus 1 Kapitel 4 helfen der Hand natürlich das stadion du machst keine pilgerfahrt oder so hey ich bin nur gründlich hm hm das sieht nicht sicher aus na los wir müssen hier durch so schnell es geht oh oh nicht gut einfach weiter ich bin durch und ihr ok das war super spaßig das war super spaßig guck mir mal ob jemand Hilfe braucht ähm ja 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 hallo ihr da na ach du heilige kacke und wir hatten natürlich die Munition für alles verbraucht das gewusst dann hätte ich mir das teil aufgehoben aua arschloch ah deckung wow knapp knapp aua 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 oh man röe du du fach du da da genau nimm sie oh meine Muni geh mal rüber da ist doch noch etwas zum nachladen gerade so habt ihr dann kriegen wir da mal so ein bisschen Granate die wollen wir doch verarschen geht doch ich rechne damit nie, dass da diese hässlichen Bomben auf mich zu fliegen als wenn ich hier, was weiß ich bin ein Terrorist oder so ich könnte kurz zullen den ganzen Tag stopp ja bitte wechseln ja ne Waffe geht doch ach linda auch Muni aufheben Muni aufheben Muni aufheben da komm oh wir haben Muni wir haben Muni ganz ruhig da da ohne witz ich komme zu euch gekrochen ich komme zu euch gekrochen ja Muni gut erstmal nachladen gut wow immer mit der Ruhe das hält aber viel aus das scheiß Teil muss ich mal so sagen dass wir nicht tot gehen ja endlich ganz kaum erwarten denkt dran wir sind auch nicht anders nehmen wir wollen alle nur so gut wie möglich über die runden kommt echt dämen du arsch wo muss ich hier hin auf die andere seite ich dachte da auch ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so kackendung na 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 ich komme da müssen wir hin dann da sind wir da stinkendes leuchtvieh meine güte was zum geier hey feuer einstellen wir sind auf eurer seite sorry was für eine überraschung die gepanzerten wunder kommen um uns zu retten habt ihr schon mal mit dankbarkeit versucht so als abwechslung zum ewigen sarkasmus ignoriert ihn jemand hat ihm als kind den teddy weggenommen sind alle in ordnung ja danke für die hilfe wir schulden euch was hey du bist doch dieser kerl nicht wahr du bist augustus cole cole train was bringt dich hierher zurück hey du erinnerst dich wirklich an mich baby bin nur auf der durchreise auf der suche nach nahrung falls ihr was zum tauschen habt wüsste der cole train das sicher zu schätzen na gut kommt rein wir haben zwar kein essen übrig aber vielleicht etwas anderes für euch ich meinte vorräte zum glück trage ich einen helm wie sie direkt an weiber gedacht haben so geil ja ich liebe das spiel so lustig es ist nicht mehr das hatten wir uns schon ich würde euch empfehlen okay machen wir machen wir naja wo menschen sind sind vorräte hey du bist der coltrain vielleicht ändert dein charismaya etwas hannover ist immerhin deine heimat